Hallo zusammen, nach den Buddy Videos wurde ich des öfteren gefragt, ob ich dies irgendwie vorspule oder schneller laufen lasse oder ob ich wirklich so schnell fliege. Das ist eine ganz einfache Antwort, ja, ich fliege wirklich so schnell. Aber was ihr natürlich normalerweise nicht zu sehen kriegt in den Videos ist, wie viele Löt- und Repair-Aktionen ich danach durchführen muss. Hier ein Zusammenschnitt der meisten Crashes aus der Buddy, explizit nur von der Buddy. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.